und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge folgt wir in der letzten folge hatten wir mehrere solche robo-angriffe und in dieser folge unter dieser folge macht mir endlich ihre question fertig übrigens zwischen den folgen noch sachen weggebracht und hier ihre rüstung nur sie ihr gebär verbessert und ich habe ihr auch nur so gegeben damit hier hoffentlich alle überleben so dahinten mussten wir hier wurden zu sein gegriffen habe ich nicht wirklich an diesen ort erinnern andererseits sind wir noch mit rocket ich glaube dass das ist wo wir hin müssten einfach nicht wieder nachgucken muss weil sich das manchmal ändert ist alles noch hoch ok der wird ganz schön schwer sein auch durch die gegend schieben kann wenn wir hier also nicht gebrauchen also später eigentlich jetzt noch nicht habe ich das zeug nicht gefunden wo ich drauf packen kann ich auch eine mod waffe die ich aber noch nicht habe ja dass wir um das ist dann würden müssen wenn ich dann wirklich gegen das hier ist glaube ich war immer noch gar nicht ganz so hier hallo was wird denn warum stört das jetzt manchmal so es sollte nicht so stottern gibt keinen grund dazu nicht viel würde ich sagen das ist machbar wenn es so ist sieht also beruhigende gegend ist das hier nicht hallo jetzt kommt ok wer hat hier richtig bock mit man da müssen wir helfen da müssen wir dann doch eingreifen ja genau hoch so was man medium medium nicht danach aus hier alles kreuz verstehe ich was anderes war ein shotgun ja das ist mir egal waren hier nicht zwei davon wo ist die leise von zeugen hi mit einem mini gun schön zu sehen dass ich hier auch aufstock ja das sehe ich in gut bewaffneten hands war das derselbe oder haben wir jetzt zwei mit einem mini gun hier nehmen wir auch zwei mit einem mini gun nice ja gut auch mal oben nach ob die oben auch noch ich habe gerade irgendwie gesehen da wie die kaffee folge brauchen irgendwann ja doch dafür dass es so bleibt einmal durch und dann geht es hier weiter ja ich sage wir gehen da hinten hin nein scheinbar hier hello somebody here ah vielleicht macht sich das hier gut für something zumal ist stets mal sehen was uns hier drin erwartet ich habe keine ahnung ich glaube nicht wenn ich da vorlaut wo ich nach unten komme ist das hier nicht cabot ich habe Es gibt fünf Räumen in diesem Haus, alle mit einem selbst-kontenzen test, speziell für die fünf von euch. Pass sie alle, und Sie unlocken den Main Sein. Except, es gibt nur zwei von uns hier. Keine Angst, es ist eine Rekordung. Es ist ein Miracle, dieses Stück von Scrap even funktioniert, nach all diesem Zeitpunkt. Nun gehen Sie, Sirs und Madams, und schnappen die Rewards, nur von arbeiten zusammen. So, das ganze Haus ist ein Sein. Ich glaube, unsere Puzzle wird einfach. Die resten will take some ingenuity. We'll have to act like our siblings. Or, even worse, think like them. I'll leave that to you and your friend. You were always mocking everyone's mannerisms. Perhaps that might pay off here. Well, I assume the kitchen will be Barnaby's. He was a fine chef. God only knows why he chose to have his servants cook for him instead. Arthur's test will likely be the stage room. He always enjoyed good play. Antoinette, I assume, will be in her bedroom. Something violent, I presume. Mine likely involve some sort of robotics or science experiment. So I head over to the lab. We can meet up when we're done. I have to act like that. I have to act like that. You have to act like that. I can meet up when it's over. wie i got mine ich gehöre nicht zu dieser family ich habe ja eigentlich gar keinen job ist das nicht kein wird da oben hallo diese hause sehen viel zu gut aus für 200 jahre was haben wir denn hier oben das ist doch nicht unaccessible He just wanted to spend time with his son, but enough sentiment. The recipe should be here somewhere. Some ingredients might no longer exist, as well as some measurements. So we can't be sure the Wasteland recipe is the same. The original recipe might have included tomatoes and potatoes. A hybrid of that would work, but half a potato and half a tomato aren't one of either. Ah, tomato, tomato, diced carrot, blood leaf. Das ist alles. Das ist nicht viel. Gotts mit so nachgucken. Ich werde auch merken, wie viel von allem. I see. Was ist nicht? Super spiel ist die, das. Da 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 da, da da da. Jet es nicht. superior spiel ist von da. Cool cup of water. Super cup of water. Option 5 Das ist nicht auf EA bei 2 Reis Ja, hm. Oh nein, ich muss auch noch umrechnen? Die original Recipe könnte auch Tomatoes und Potatoes haben. Eine Bottle Wasser. Weißt du, da kommt die immer mit Ounces und Cups. So. 4 Cups of Water. Ah, 1? Ähm. Was ist das? 2 Cups of Water. Ich will jetzt nicht umrechnen, das ist halt echt. Ah, ok. Cups of Water. Die hier ist verschossen, die hier auch. Okay, brauche ich überall die Schlüssel für, die ich nicht habe. Ich nehme trotzdem die gesamte Deko mit. Ihr braucht sie ja hier nicht mehr, ne? So, wir sind hier eigentlich überall. Hm. Ah, den beiden brauchen wir ja auch nicht mehr. Ich nehme einfach alles mit, was ich je kriegen kann. Ähm. Hm. Dein Ring. Ah, jetzt kann ich auch alles mitnehmen. Alles verbunden machen. Nee, nicht alles verbunden machen. Alles mitnehmen. Mitmachen. Obwohl, eigentlich davon wird eingeschrottet, also passt das schon. Ähm. So. Um. 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 Brauche ich nicht, weil。。. Ich habe das Echte. Äh. Ah, das mag sein. Das mag sein. Ja. Ich kann die nicht blöden. Ich hab doch. Bitte gehen Sie in die nächste Phase. Entschuldigung. Was willst du, Stranger? Kannst du nicht sagen, ich bin beschäftigt, Drogen zu Kindern? Oh. Drogen zu Kindern, oder? Du hast dein letztes Leben genommen, Willen. Ich denke nicht so. Ich kann so viele Kinder wie ich will, und niemand kann mich verletzen. Denn in Boston, der Mob hat die Polizei. Oh. Oh. Ich werde das nicht verletzen. 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 Oh. 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 Was war das? Ich habe das nicht verletzt. Das hat mich einfach rumgeschmissen. Ich habe mich einfach rumgeschmissen. Oh. So. Was jetzt? Ich bin alle im Weg. Da komme ich nicht rein. Lass mich raten, wir müssen hier hoch. Das Ort ist nicht leicht auf die Augen, aber es ist sicher. Antoinette hat Angst. Sie hat mich an ein Feral Ghoul. Oder eher, Ghouls hat mich an sie. Wenn du bereit bist, klickst die Bühne an die Tür. Was ist das, mein Lieber? Ihr Geiger-Counter scheint zu haben. Das bedeutet, wir müssen... Aber schnell. Wir müssen denken, wie meine Frau. Destroyen alles in der Tür. Und sehen, ob das das stopt. Und ich sollte... Und ich sollte ein bisschen... äh... Radeway rein schmeißen. Da komm ich nicht ran. Da komm ich auch nicht ran. Da komm ich auch nicht ran. So, Margret. Die Weltliste. Wir haben ein paar wilde Sachen gemacht. Äh, ich muss mal eine... Wupp. Die muss man gut anziehen. Äh, das war mal eine richtige Komplett-Armode, die ich aufgesammelt habe. Und meine Wolveshut. So. Das ist die original, äh... Dings nicht anziehen konnte. Ich hoffe, diese Frau nicht so zu uns zu ve fonten. Sie sind nicht Frauen. Sie sind die Maschinen. Und ich bin sicher, dass... Das Beispiel. Das war so einfach wie presfte 300 Wenz. Insofern sehr sehr, sehr. Das sind drei Dinge, die ich nie geinen. Der sowas, dass alles fehlt. Ich kann nicht erwarten, was die Horror´s entstehen. Don't worry Margaret, I doubt it's anything I haven't shown you already. Not that you are paying attention. Let's go. A cozy little hideout. Like this might fetch quite the price on the open market. Get him! Ma'am? Hi, ich würde da jetzt nicht reingehen, by the way. So, you're carrying too much mimimi. So. So, da kommt immer noch nicht rein. So, wo sind die beiden denn jetzt? Wie trage ich zu viel? Ich gucke, wo sie jetzt ist. Wieso trage ich zu viel? Da schnappt sich alles, was hier rumliegt. Wieso folgt der mir jetzt eigentlich? Der soll noch mitnehmen? Wahrscheinlich. Der soll auch mitnehmen. Ich bin sofort da. Wartet auf mich. Mhm. 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 Ich bin nicht irgendwas, was mir AP wieder herstellt oder meine AP erhöht. AP. Reds und AP. Nö. Keine AP Sachen. Hey, ich brauche mal eben deine, äh... Deine Tralkapazität. Ja, warte. Zetagun. Interessant, dass ich die, äh, bekomme. Wie gesagt, das ist eigentlich eine Waffe, die man in den Dingens bekommt. Vom, äh, Jack Cavill. Ja. 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 Ich bin nicht mehr, ich habe keinen Interessant in sich zu zeigen. Ich habe ihnen eine Waffe, eine Familie. Was du brauchen, Lieber? Aber, selbst jetzt, als ich schlau und sterbe, fühle mich, dass es nicht zu lange für sie und für mich ist. Over the past decade, while seeking to prolong my life, I have discovered something far more valuable than wealth and fortune. Yet despite all its promises, I will not, cannot give this gift to my children, not as they are now. Audrey, you've always had a gift with words, so this is your test. Make peace with your siblings, and help them make peace with each other. Watch over them through good times and bad, for this is only the first step in a long and odorous journey. That if you make that journey together, I believe the five of you can strip immortality of its curse. Apart, you will find it a fate worse than death. Sir, the doctors are ready. In a minute. I guess it's time. Oof. Big big Uf. So, would you like to take the honors? Good, I have a few of you. You've got to be kidding me. All this works for a single glass? Let's not jump to conclusions. Der Vater war nichts, wenn nicht ein Predictable Mann. Dieser Pfeil ist ein speziell Serum, entwickelt von einem Freund von deinem Vater. Im Hintergrund sind die Geheimnisse der Immortality selbst. Immortality? Ha! Das ist ein guter Geheimnis. Du sagst nicht. Ich glaube, dass der Preis nicht wert ist. Aber es ist noch schlimmer als das. Es ist ironisch. Ich bin sorry zu interagieren, aber ich muss informieren, dass ich jetzt meine Züge als Guardian von deinem Vater. Good luck to all of you. Ich glaube, es ist nicht ein totaler Geheimnis. Ich nehme das Vial, danke sehr. Really, Margaret? Es ist ein Serum, das Sieg dir immortality. Es ist ein Teil der Art Telefon, für all die gut es will. Es ist nicht wert, aber es ist wert, etwas zu jemanden. Das macht es ein wertvolles Wettbewerb. Ah, so du hast mehr als die Assaultrons gemacht. Du sie re-programmiert sie. Es gab es wirklich nicht. Wenn ich dich zu töten, Margaret... Ich versuchte dir, meine Freundin hier könnte. Du bist alle Tuck. Es ist lustig. Arthur sagte, du war street-smart. Du war die einzige Person, die nicht zu sein können. Und in der Ende... Du hast mir nur die Hälfte der Kombination. Du findest, ich habe dir viel, viel mehr gegeben. Das ist... ...wenn du immer beobachten, zu sehen. Hm. Guten Tag, Frau. Es ist nicht alles in einem Jahr. Es ist etwas, was du brauchst, Frau. Ich will beide Outcomes sehen. Ich werde sie wahrscheinlich am Leben lassen. Es ist Kontakt. Engage. Absolut. Gleiche. Sensor alert. Anomaly. Deine. Er ist nicht so. Das war's. Ich verreste die Verwartung. Du warst. Margaret hat mir nicht eine große Meinung. Aber in Zeit, dass er vielleicht merken. ich glaube das spiel hat sie als entkommen registriert und deswegen hat sie gesagt restrained no strain hier ich habe auch mal ja Oh, ja. Okay, das war das Outcome. Jetzt noch mal, aber diesmal werde ich nicht auf sie schießen. Gut, sie hat jetzt die Rüstung dabei, die ich ihr gegeben hat. Ich lasse sie laufen. Ich habe sieben Filmen weit. Ja, das hat sie denn gegain. Was heißt das? Ja. Ich bin glücklich, dass Sie mit mir haben. Und ich bin glücklich, dass Sie reagieren. Während das angefangen hat, möchte ich denken, dass es mehr als ein kleiner Quid Pro Quo ist. Ich glaube, Zeit wird sagen. So, ich kriege sogar einen anderen Perk dadurch. Nicht nur kriege ich einen anderen Dialog, ich kriege sogar einen anderen Perk. Ich habe den Foxhunter Perk und jetzt heißt er Social Climbing. Ich werde mal nachgucken, was er kann. Ah, Social Climbing. Da, Social Climbing. Okay, ich kriege mehr Geld, wenn ich Sachen verkaufe. Das ist natürlich nice. Obwohl ich jetzt schon ein Problem habe, mein Zeug mal loszuwerden. So. So, wir sind Level 67. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zur nächsten Folge. Bye. Bye.